Parishwa Yoga Mudrasana ist das seitliche Yoga-Siegel. Nilakanta von Yoga Vidya Berlin zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus und du brauchst einen guten Lotus-Sitz, Padmasana. Dann fasst du mit einem Arm um den Rücken und fasst mit einer Hand an den Fuß und mit der anderen Hand um den anderen Fuß. So bist du in Badda-Padmasana. Dann beugst du dich nach vorne und beugst dich über ein Knie, zum Beispiel über das linke Knie. Du versuchst sogar den Kopf zum Knie, wenn möglich sogar links neben das Knie zu bekommen. Und so ist es Parishwa, eben das seitliche Yoga-Siegel. Es gehört zu den fortgeschrittensten Lotus-Variationen und hilft dir auch bequemer, länger im normalen Lotus-Sitz bleiben zu können. Und so ist es Parishwa, eben das Papishwa. Und so ist es Parishwa. Vielen Dank.